Hier kommt eure, unsere Ladies in Blackout! Unsere Mannschaften nach dem Training! Werte Nummer 13! The Fancy! Unser Lieber Alli Reis! Kirsten! Unsere Nummer 2! Kirsten! Unser Lieber Alli! Unsere Nummer 4! Hannah! Unsere Nummer 5! Tessa! Unsere Nummer 6! Schleupen! Die Nummer 7! Unsere Nummer 8! Charlie! Unsere Nummer 9! Carolina! Unsere Nummer 10! Nicole! Die Nummer 11! Die Nummer 11! Die Nummer 11! Die Nummer 11! Und das macht noch Lief! Und die Nummer 12! Die Nummer 12! Die Nummer 12! Die Nummer 12! Die Nummer 11! Und der Scout! Jan Lichten! Unsere Grüße und die Akkole! Stefan Rausdorf! Unser Co-Trainer Erich Esmar! Und die Nummer 11! Die Nummer 6! Und die Nummer 11! Eine Nummer 12! Das läuft zusammen! Ja, das ist jetzt ein wird. Das ist jetzt ein wird. Das ist das ist das, das ist das, das ist das, das mit einem Abgeordneten der